Hallo, ich bin's wieder der Stefan und heute möchte ich euch das 3G Stepperbike vorstellen, Modell Hammer. Ich gehe mal etwas zurück, dass ihr es besser seht. Das habe ich mir geholt und war unterwegs kurz, bin gefahren und möchte euch zeigen, wie man damit fährt und was es alles bewirkt. Also man hat einen wirklich kompletten Ganzkörpertraining und es ist ein Bombenworkout als Anfänger, so eine Dreiviertelstunde, Stunde zu fahren, ist man wirklich ziemlich platt und Alternative zum normalen Fahrradfahren. Ich führe es mal kurz vor, dass ihr mal seht, wie man das fährt und dann reden wir noch mal kurz. Achtung. wie ihr seht bewegt man den ganzen körper und natürlich auch eine andere muskelgruppe ich werde mal abhängen wird es euch ein bisschen näher zeigen werden verschiedene muskelgruppen angesprochen und es macht richtig spaß so sieht das teil aus natürlich schon stylisch hat riesen reifen eine übersetzung in der die sehen siebengang schaltung das wäre nichts besonderes aber ist in ordnung man kann auch relativ flott fahren mit dem gerät man merkt aber recht schnell dass es doch sehr anstrengend ist ja also wie gesagt ein ganzkörper workout ist es und erste alternative zum normalen fahrrad fahren es ist eigentlich ein stand bei profis machen damit wheelies und was weiß ich was alles ich bin ja schon etwas älter ich nehme es nur als reines trainings gerät aber man muss sagen macht richtig spaß das zu fahren ist allerdings wie gesagt anstrengend ich hoffe es hat euch gefallen tschüss bis zum nächsten mal